Hi, ich bin Mari vom Sailor Moon German Convention Team. Mein bester Moment in zehn Jahren Sailor Moon German? Nun, ich bin noch nicht so lange dabei, aber tatsächlich war der erst dieses Jahr. Und zwar, normalerweise bin ich immer auf den Conventions hinter dem Infostand zu finden. Dort informiere ich euch im Namen des Mondes. Aber dieses Jahr durfte ich auch mal auf die Bühne. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Aber ich kann leider nicht singen und tanzen. Deswegen habe ich euch anders unterhalten. Aber trotzdem habt ihr es gut gefunden. Und es hat mich auch so bewegt. Denn trotz, dass unsere Show so früh gestartet hat, wart ihr sehr viel gekommen und war total mit dabei. Und es war eine sehr schöne Show und ihr habt richtig gut mitgemacht. Man hat richtig gespürt, dass es euch auch bewegt, was wir gesungen haben und was wir darbringen wollten. Das hat mich immer noch dazu angesprochen, noch 100 Millionen Shows hätte ich machen können. Aber leider hatte ich nur eine. Vielleicht irgendwann mal klappt es wieder. Wer weiß. Ansonsten findet ihr mich immer noch hinter dem Stand und dort informiere ich euch im Namen des Mondes. Und ich wünsche euch natürlich einen guten Rutsch ins Jahr 2020 und man sieht sich an der Infotheke. Hallo Moonies. Mein Name ist Casey Ayd und ich bin bei Sailor Moon German für den Videoschnitt zuständig. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr. Wir haben ja dieses Jahr zehn Jahre Sailor Moon German gefeiert. Und mein schönster Moment war die Leipziger Buchmesse 2014, als wir die Synchronsprecherin Ines Günther und Sabine Bullmann hatten. Die sehr viele Aktionen mit uns Fans gemacht haben und es war einfach sehr, sehr schön. Und in dem Zug auch, dass wir quasi ein bisschen mitwirken konnten, dass Sabine Bullmann jetzt in Sailor Moon Crystal auch wieder die Sailor Moon spricht. Das sind so Dinge, die mich in den letzten zehn Jahren Sailor Moon German wirklich sehr geflasht und beeindruckt haben. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit und bis bald. Hallihallo, hier ist die Sabra Moon und ich bin derzeit die Co-Leitung von Sailor Moon German. Das bedeutet, wenn ihr es da groß nicht antreft, trefft ihr mich an. Also von einem Übel zum anderen Übel quasi. So kann man das sagen. Scherz beiseite. Also ich bin schon bei Sailor Moon German seit über sieben Jahren. Ja genau, dieses Jahr war das verflixte siebte Jahr und das war echt hart dieses Jahr. Sehr, sehr hart. Deswegen ist es so verflixt, aber wir haben es rumgekriegt, wir haben es geschafft und es geht weiter. Sailor Moon German kenne ich natürlich schon seit fast zehn Jahren. Ja, also man hat sich schon irgendwo gekannt. Wer eben in Sachen Sailor Moon unterwegs ist und wer sich komplett Sailor Moon widmet, der kommt quasi in Sailor Moon German gar nicht vorbei. Und so war es auch bei mir. Und ich fand es damals toll, wie es war mit den ganzen Synchronsprechern, die Interviews. Ich fand es unglaublich mutig und auch die ganzen Sailor Moon Videos, die ganzen Sailor Moon Dubbings quasi. Fand ich unglaublich, also revolutionär für mich und ich war unglaublich dankbar, denn diese ganzen Untertitelgeschichte. Ich meine, Sailor Moon hat eine ganz, ganz lange Durststrecke gehabt. Sailor Moon lief nicht mehr im TV, Sailor Moon gab es auch nicht auf DVD. Was muss man, was kann man denn machen? Also es war wirklich hart gewesen für die hartgesottenen Fans. Und so bin ich halt eben an Sailor Moon German geraten oder ich würde ich eher umgekehrt sagen, eher an mich geraten. Denn durch mich hat er quasi gelernt, dass er nicht alleine im Keller kabuff so vor sich hin tüfteln muss, sondern er kann rausgehen und treffe andere Fans persönlich. Das ist eher mein Motto des Ganzen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als andere Sailor Moon Fans zu treffen, als mit anderen Sailor Moon Fans die Leidenschaft auszuleben. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass ich im Team auch in der Sachen Fanservice, Fankommunikation auch zuständig bin. Ich bin hier die Person in Sachen Forum, nicht Forum, sondern in Sachen Gruppe bin zum Beispiel sehr aktiv. Und natürlich auch mein schicken Pferd im Sailor Moon German Team ist die Conventions. Ich kann weder singen, ich kann weder zeichnen, ich könnte basteln, mache ich aber nicht, weil ich keine Ideen dazu habe, nicht viele. Aber in Sachen, ja, das Miteinander sein, Party und einfach das Ausleben, Fans sein, Ausleben, das ist meine Stärke. Und ich liebe es einfach, mich mit anderen Fans zu unterhalten, mich mit anderen Fans zu treffen und einfach dieses Gefühl zu haben, nicht allein zu sein und dieses Gefühl weiterzugeben, du bist nicht allein. Das ist mein Steckenpferd im Team und das ist eher mein Metier. Und ich freue mich auch, dass es so meine Metier geworden ist, weil es liegt ja auch nicht jedem, so auf Conventions zu gehen, am Stand zu vergammeln und auf die Leute zu warten. Aber ich finde es tatsächlich angenehm, einen Stand zu haben und diesmal zur Abwechslung gefunden zu werden, statt einfach immer nach Fans zu jagen. Dann kann man sagen, hey, wir haben einen Stand, komm zu unserem Stand. Und ich versuche natürlich immer wieder, jedes Mal etwas anderes zu bieten. Es ist nicht einfach, aber nicht unmöglich, wenn man es denn will. Dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar, dass ich inzwischen einige sehr, sehr liebe, tolle Mitglieder und kompetente Mitglieder gefunden habe oder sich uns angeschlossen haben. Und ja, und diese Leidenschaft, dieses Feuer mit weitertragen in die Welt. Ja, und das Video darf keine Überlänge haben, deswegen rede ich so schnell und ich bin schon fast vier Minuten voll. Mein schönster Moment bei Simon & German, auch das ist so schwierig, weil es kein wirklich großer, es gibt so viele, es gibt einfach so viele und ich weiß nicht, es nur eins zu nennen, ist schwierig. Ich kann nur so viel sagen, die Möglichkeit bei Simon & German dabei zu sein, ich habe es einfach genutzt. Ich habe mir etwas ins Ziel gesetzt und durch Simon & German konnte ich es verwirklichen. Ich habe es schon immer geträumt, auf der Bühne zu stehen und ja, durch Simon & German durfte ich draufstehen, obwohl ich nicht singen kann, nicht zeichnen kann, nicht besonders gut tanzen kann. Aber ich stehe da und labere euch zu, so wie ich hier euch zulabere. Und wie ihr merkt, ich bin da mehr schon für die Kommunikation zuständig. Ich bin mehr für das Real, für das echte Treffen. Und daher ist auch mein Steckenpferd mehr, die Videos. Ich bin nicht so gut am Schreiben, das ist ja auch schlimm. Ja, ich bin schuld, dass die Seite so viele Rechtschreibfehler hat, so viele Grammatikfehler hat. Ja, ich bin schuld. Und ich bin nämlich seit dieses Jahr auch an der Macht, ja. Die Sailor Moon German Facebook-Seite steht inzwischen auch unter meiner Kontrolle. Und ja, bitte nehmt es mir da nicht übel, wenn ich da nicht immer, ja, alles korrekt wiedergebe oder schreibe, weil ich einfach immer mehr für das Visuelle bin. Ja, ob ich jetzt ein visueller Hingucker bin oder nicht, sei dahingestellt, aber ich bin mehr für das Reale, für das Angesicht zu Angesicht, für das Persönliche. Denn das geschriebene oder das gelesene Wort, das kann so viel interpretiert werden, aber das gesprochene, das ist nochmal was ganz anderes. Und deswegen, ich kann kaum sagen, was wirklich ein Highlight war. Aber ich glaube, neben der Geburt meiner Tochter, ich setze es tatsächlich gleich und ich nenne es trotzdem mit, weil ohne Sailor Moon German hätte ich niemals meinen Dauerverlobten kennengelernt. Und ich hätte dadurch quasi niemals eine kleine Muni-Familie gründen können. Und deswegen war die Geburt meiner Tochter natürlich auch unglaublich toll, zumal sie das allererste Sailor Moon German Baby war. Oder ist, immer noch. Und deswegen war das auf jeden Fall auch ein großer Highlight. Und ich war einfach so dankbar, so viel Unterstützung von der Community zu erfahren, von meinen Teammitgliedern. Ich habe so halt auch keine wirklichen Familien mehr. Und deswegen bin ich einfach dankbar. Und zum anderen Highlight und Meilenstein war für mich Sailor Moon in einem Kino erleben. Und nicht nur das zu erleben, sondern ich durfte es ansagen. Ich war eines der Moderatoren, die sagen durfte, Hallo, jetzt läuft gleich dir die Episode und Spoiler! Ja, das war echt toll, in einem Chino, in einem offiziellen Chino, Kino, ja, seine Lieblingsserie ansagen zu dürfen und dann da zu sitzen und Sailor Moon auf rosa Leinwand zu schauen. Das war für mich ein riesen Meilenstein. Das war so ein schönes Erlebnis. Ich habe mir gewünscht, oh mein Gott, so schade, dass wir so wenig daran teilgenommen haben. Es wäre so schön, wenn noch viel, viel mehr Leute daran teilnehmen würden. Und am gleichen Tag war auch Sailor Moon in einem Open-Air-Kino zu sehen. Und das war auch ein Erlebnis. Du sitzt da, du bist einer von 3000 oder mehr, ja, die Sailor Moon auf einer riesigen, großen Leinwand anschaut. Das war ein Erlebnis. Ich kann es nicht wirklich in Worten beschreiben, außer, ich hoffe so sehr, dass das noch irgendwann wiederholt werden wird. Und deswegen freue ich mich unglaublich auf die Sailor Moon Eternal Filme, ja. Und ich hoffe so sehr, dass sie zeitnah auch in Deutschland herausgebracht wird, dass es zeitnah auch in Deutschland in einem Chino herausgebracht wird. Und damit wäre das die Überleitung dazu, was ich mir für die Zukunft wünschen würde. Ich wünsche mir für 2020, dass Sailor Moon Eternal ganz, ganz zeitnah auch hier bei uns hierzulande erscheinen wird. Und ich wünsche mir, dass wir ein Event daraus machen. Das wäre für mich der nächste Meilenstein von allen Meilensteinen, was ich bisher erlebt habe. Die übrigens auch nicht schlecht war, als ich auch in einem Sailor Moon Depot mit verewigt wurde. Also in Sailor Moon Crystal, letzte, die Box 6, glaube ich, oder ne, Box 4. Da sind wir verewigt worden mit einem Sailor Moon Crystal Doku, wie Sailor Moon Crystal in Deutschland angekommen ist. Ah, das waren einfach so viele. So, und ich bin wieder viel zu lange online, deswegen sage ich jetzt gleich weiter. Für 2020, Sailor Moon im Chino. Stellt euch das mal vor. Sailor Moon im Chino. Egal ob euch die Synchrosu sagt, draufgeschissen, Sailor Moon im Chino, hallo? Ja, und dann mit anderen Fans, wie wir da sitzen. Und dann, ah, oh, yes, nein, und dass wir gemeinsam lachen, gemeinsam leiden und danach gemeinsam Party machen, weil wir das miterleben durften. Sailor Moon im Chino. Oh, und dann stelle ich mir so vor, wenn es dann mit Sailor Moon Becher und Popcorn und ich würde alles aufheben, ich würde alles aufheben, ich würde alles einraben. Ja, egal, ich möchte einfach Sailor Moon im Chino mit euch erleben. Das war das unglaublichste Erlebnis überhaupt. Und das würde ich mir für 2020 wünschen, dass wir das endlich gemeinsam landesweit erleben. Und ja, das würde ich mir für 2020 wünschen. Und ich kriege mich jetzt hier, glaube ich, gar nicht mehr ein, deswegen mache ich an dieser Stelle Schluss. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt weiterhin Sailor Moon treu. Indem ihr Sailor Moon Fans seid, unterstützt ihr uns schon. Indem ihr uns immer wieder Input gebt, indem ihr uns immer wieder motiviert, indem ihr uns Ideen gebt. Nur so können wir weitermachen, denn solange es Fans gibt, ja, noch weitere außer uns hier, so werden wir immer weitermachen können. In diesem Sinne, bis denn, bis zum nächsten Jahr im Chino! Hey Munis, mein Name ist Tavros und ich bin der Gründer von Sailor Moon German. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes 2019 und einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Krass, oder? Ein neues Jahrzehnt erwartet uns. Und das ist quasi mein letztes Video in diesem Jahrzehnt, aber ein umso schönes, denn vor über 10 Jahren habe ich ja Sailor Moon German gegründet. Damals als ein One-Man-Projekt und jetzt mittlerweile sind wir schon ein großes Team und informieren im Namen des Mondes und machen viele, viele Projekte rund um Sailor Moon. Und es ist sehr, sehr schwierig, jetzt meinen Lieblingsmoment aus 10 Jahren Sailor Moon German rauszupicken, weil es gab so viele Highlights, so viele tolle Momente, wo ich viele, viele Leute kennenlernen durfte, wo ich viel dazu beitragen durfte, dass Sailor Moon präsent sein darf. Und ja, es gab in der Tat ein Projekt, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und das war unser Musical 2017, Die Stille kommt näher. Es hat mir insofern Spaß gemacht, da es halt etwas war, wo ich mich ganz künstlerisch hingeben durfte. Wenn man natürlich Fan der Serie ist und die Charaktere kennt, dann macht es umso mehr Spaß, seine eigene Geschichte draus zu schreiben. Und es war ein sehr kreativer Prozess. Ich habe das Drehbuch geschrieben, ich habe die Songs ausgewählt. Mit dem Team zusammen haben wir die Charaktere dargespielt und es war natürlich ein mega, mega Ding, auf der Leipziger Buchmesse Animagic und auf der MMC zu performen. Und ja, das ist so ein Projekt, das bleibt mir lange gut in Erinnerung. Und noch was, was mir zugesagt hat, war natürlich, dass wir Fans Einfluss haben durften auf die Vermarktung, auf die Ausstrahlung, auf den Prozess von Sailor Moon Crystal in Deutschland. Ich selber durfte ja offiziell mitmachen. Ich habe die Redaktion unterstützt, habe die Übersetzungen teilweise mitgemacht, beraten und mich mit euch dafür eingesetzt, dass Sabine Bohlmann wieder die Sailor Moon spricht. Das sind natürlich so Sachen, die bleiben einem, glaube ich, für immer in Erinnerung. Und das sind so Sachen, wo ich sehr dankbar bin. Ich bin dankbar, dass ich das machen durfte, dass ich viele, viele Moonies kennenlernen durfte, dass ich tolle Mitglieder habe, mit denen es auch möglich ist. Und ich bin gespannt, was die Zukunft für uns parat hält. Und ja, ich blicke sehr freudig 2020 entgegen und bin gespannt, was wir so alles treiben werden. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als im Namen des Mones informieren wir euch weiterhin und bis demnächst. Ciao, guten Rutsch!